Wir sind ein Komplettanbieter für Embedded Systems und für Elektronik. Das heißt, wir machen von der Softwareentwicklung, Hardwareentwicklung bis zur kompletten Fertigung über den gesamten Lifecycle maßgeschneiderte elektronische Systeme, so wie Sie hier auch bei uns am Stand sehen. Da gibt es ja sehr viele Dienstleister für diese Sachen. Wo ist die Spezialität bei Ihnen? Also außerdem, Stichwort Embedded, welche Anwendungsgebiete zum Beispiel? Ja, also wir haben Kunden in unterschiedlichsten Branchen. Sehr stark vertreten sind wir im Bereich Energietechnik, im Bereich Medizintechnik, aber auch in der Transportation-Industrie. Unser Unternehmen hat um die 130 Mitarbeiter. Unser Standort ist im Innenviertel in Oberösterreich, im Weng im Inkreis. Muss man nicht wissen, wo das ist. Das ist ein kleiner Ort, ein kleines Dorf. Und wir haben weitere Standorte für die Entwicklung in Altheim und in Linz. Kundenspezifisch heißt, die Kunden kommen mit ihrem Problem zu Ihnen oder vielleicht erklären Sie es mal ein bisschen. Kundenspezifisch heißt, bei uns gibt es kein Produkt von der Stange, sondern unsere Produkte sind immer maßgeschneidert für unsere Kunden. Also wenn ein Kunde irgendeine Idee hat, er möchte ein neues Produkt, er braucht irgendwas mit Elektronik oder es kommen auch Firmen zu uns, die von der Stange jetzt nicht das Produkt finden, das sie gerne hätten. Und dann kommen wir ins Spiel, arbeiten mit dem Kunden mal die Anforderungen aus und bauen mal Prototypen zusammen, Mock-Ups, Demosysteme. Wir sind ja auch Auftragsfertiger. Das heißt, wir bekommen oft fixfertige Daten von unterschiedlichen Kunden, die selbst entwickelt haben. Und dann kommt man oft in der Produktion drauf, oh je, das wird aber jetzt teuer. Das heißt, da hat man vielleicht das eine oder andere nicht beachtet. Da geht es oft nur darum, dass man ein Bauteil um 90 Grad dreht und schon wird die Produktion günstiger oder man spart sich einen Prozess. Dafür haben wir sehr viel Know-how bereits im Haus gesammelt über die letzten 30 Jahre. Und wir halten mit dem Know-how auch nicht über den Berg, sondern wir teilen das Know-how auch gerne mit unseren Kunden. Beispielsweise mit diesem schönen Embedded Design Guide, wo wir wirklich viel Erfahrung gesammelt haben und wo wir die Erfahrung an den Kunden auch weitergeben wollen, sodass der Kunde dann zu uns kommt mit sehr viel Wissen, das sie von uns bereits gesammelt haben und wo er keine Fehler macht, die woanders schon gemacht wurden. Großartig. Vielen Dank für das Interview. Und wir haben noch eine Gemeinsamkeit. Unsere beiden Unternehmen sind 30 Jahre alt. Das ist ein guter Jahrgang 1991. Genau, absolut. Wunderbar. Müssen wir gemeinsam feiern. Dankeschön. Sehr gerne.